Hallo und herzlich willkommen zu Ach, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es zehn Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt, aber wir haben heute Gäste. Stellt euch doch mal kurz vor, mit wem reden wir hier gerade? Hallo, hallo, hallo. Machen wir jetzt da alle mit, das muss man mir doch vorher sagen. Das waren jetzt wir drei, das waren jetzt Max und Adrian von den FKholics. Wir waren so dreist und haben eine der drei Hallo-Stimmen im Vorfeld aufgenommen, um die einzuspielen. Nein, und ich habe noch eine vierte oben drauf gemacht, weil ich gedacht habe so, Mensch, du bist noch drei hin. Super. Ach ja, schön. Ja, nee, Max, Adrian, hallo Max. Hi, hi zusammen. Genau, von den FKholics, wir hatten euch neulich bei uns im Podcast zu Gast, je nachdem wann diese Episode ausgestrahlt wird, in grauer Vorzeit und haben uns jetzt an euer Studio-Link geschmuggelt. Aber Max und Adrian, was sind denn die App-Kholics? Ich habe in einer kurzen Form beschrieben, wir machen auch einen Podcast und daher, da wir kennen wir einander ja auch und in unserem Podcast-Verschnitt geht es darum, in zehn Minuten ein Thema zu erklären und unser Konzept sieht vor, dass jede Folge einem Buchstaben gewidmet ist und wir hangeln uns im Alphabet an den Buchstaben entlang, daher auch der Name App-Kholics. Und genau, jetzt zum Beispiel, letzte Folge war die Folge L, dann mussten alle Themen, die möglichst in zehn Minuten abgehandelt werden, mit dem Buchstaben L beginnen. Wir gucken mal, wie wir das heute mit den Regeln machen. Wir haben ja auch sehr, sehr strenge Regeln bei uns und jeder Verstoß wird sofort geahndet. Ich muss noch ganz kurz was zu eurem Namen sagen, das ist nämlich sehr lustig, weil wir hatten ja den, jetzt habe ich es mir gemerkt, den Adrian schon mal zu Gast in dieser Runde. Und ich kannte Eurem Podcast tatsächlich und er hat aber mit mir gesagt, er ist von den App-Kholics und ich habe aber den Namen, also ich kannte das so von der Webseite und habe mir das irgendwie angeguckt gehabt, habe es aber noch nicht gehört und ich habe das nicht zusammengebracht, das ABC-Kholics und die Aussprache App-Kholics. Wir wollten im Namen das Alphabet haben und wir wollten aber auch ein bisschen nach Alkoholics klingen. Ich habe es dann hinterher schon gerafft und habe mir gedacht, ey, das ist ja geil, so ein schönes Wortspiel, aber in dem Moment war ich so, manchmal hat man einfach so einen Moment der geistigen Umnachtung. Und nur falls da draußen ist, irgendjemand versucht bei Google einzugeben, ABC-Kholics, nee, ABC-Oholics, so rum. Punkt XYZ, unsere URL hat die beste Endung des Jahres. Das ist ein wunderbares Gesamtkonzept, muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. So, was machen wir denn heute? Ja, dann würde ich doch mal sagen, die Gäste dürfen beginnen, uns eine Person. Aber die kennen doch die Regeln gar nicht. Aber die haben sie doch gerade gehört im Intro. Ich habe mich auf die Rasse konzentriert die ganze Zeit. Ich kann auch nochmal sagen, dass wir auf eine Person hinraten, die nicht mehr unter uns weilt und dafür gibt es maximal zehn Hinweise. Vielleicht manchmal auch mehr, aber niemals weniger. Und ihr dürftet anfangen. Ist es jetzt sinnvoll, dass ich am Anfang die erste Zeile auf meinem Sheet vorlese, da steht nämlich ein Name. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Hinweis 1. Ich wurde 1941 in Leicester, England geboren. Eine Leicester-Schwester? Leicester, also ihr wisst, eine Leicester. Ja, ja. Kennt ihr, ne? Die Premier League gewonnen haben vor ein paar Jahren. Der Präsident jetzt mit dem Hubschrauber abgestürzt ist. Was? Wer? Das war gerade in der Nachricht, ne? Multimilliardär-Team-Besitzer hat sich immer mit dem Hubschrauber ins Stadion bringen lassen und zurück. Und der Hubschrauber hat es beim letzten Mal nicht ganz geschafft. Und der hat irgendwie so einen unaussprechbaren Namen, weil es thailändisch ist und das heißt irgendwie so das Gesicht der lachenden Sonne oder so irgendwie. Oh, darf ich gleich mal direkt einmal mehr komplett abdriften? Ja. Das klingt nicht überzeugt. Ist euch bewusst, wie schwer thailändisch zu lernen ist? Nein. Ich hatte mal ein Handy aus Thailand so quer importiert und da war die Tastatur standardmäßig auf thailändisch gestellt. Das war sehr ulkig. Also auf jeden Fall hat ein Kollege von mir, der hat einen thailändisch-Kurs gerade im Moment und hat neulich die Uhrzeiten gelernt. Und dann hat er die, er sollte sagen, es ist irgendwie Viertel nach sechs oder so und hat auf thailändisch was gesagt. Dann hat die thailändische Lehrerin sehr zum Kichern angefangen und hat gemeint, nein, 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 du nicht das sagen. Du hast nämlich gerade gesagt, du wirst sechs mal sechs haben. Aber nicht auf die nette Art, eher so bumm bumm. Das kann dir im Deutschen auch passieren. Es ist eine ästhetisch sehr hübsche Shift vor allem. Ja. Aber dann ist ja in anderen Sprachen offensichtlich auch das Wort, also die Zahl sechs und der Akt des Sechs relativ ähnlich im Wort verwandt. Hinweis zwei. Ich habe in Cambridge Medizin studiert. Klingt jetzt danach, als wäre es jemand, der nachher auf keinen Fall irgendwas mit Medizin noch am Hut hatte. Ich glaube, du hast Übungen im Spiel, Philipp. Kann das sein? Vielleicht. Okay, dann kommt jetzt der Hinweis, der euch allen sofort sagt, um was es hier geht. Erraten darf man wohl gar nicht. Ach so, doch, natürlich, jederzeit, bitteschön. Nicht, dass ich jemanden hätte. Ich dachte nur. Lady Di. Nur, dass ich was gesagt habe. Aber das ist sehr höflich, dass du mir wenigstens eine Antwort gibst. Das macht Philipp normalerweise nicht. Ich habe es auch nicht gewohnt. Ich habe erst extensiv mit den Augen gerollt und dann habe ich gedacht, nee, das hört er ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt gebe ich eine Antwort. Es braucht ein Podcaster-Rollen mit den Augengeräuschen in irgendeiner Form. Hinweis Nummer drei. Der Asteroid 9617 wurde nach mir benannt. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt würde ich auf eine Pop-Ikone erstmal hintippen. Also jemand, der durch popkulturelle Dinge aufgetreten ist. Schauspieler, Musiker oder ähnliches. Na, dann tipp doch mal ein. Werden Asteroiden nach Pop-Musikern benannt? Ja. Traditionell. Ich glaube, Asteroiden darf immer der so benennen, der ihn entdeckt hat, wie er will. Und da gibt es, glaube ich, nicht mal wirklich Regeln für, oder? Es gibt doch, glaube ich, sogar eine, was, eine Flieger? Aber es gibt ein Insekt, das nach Schwarzen, also der Name Schwarzenegger mitträgt. Ja, aber bei Asteroiden. So viele Schwarzeneggerensis. Es gibt aber doch auch Himmelskörper, die nach irgendwelchen Berühmtheiten benannt werden. Also das gibt es schon auch, dieses Modell. Das hatten wir ja in unseren Folgen auch schon, das ein oder andere Mal. Ich glaube auch. Aber habt ihr einen Hinweis, einen Guess, wie heißt das? Ne, wir versuchen nur vom Thema abzulenken. Boah, aber 41 schon geboren. Wenn es dann ein Musiker wäre, dann wäre er auf jeden Fall, so tendenziell, dann müsste Also er ist schon tot. Dann müsste so ein Urgestein des Rocks, hätte ich dann am ehesten draufgegeben. So jemand wie Roy Black zum Beispiel. Der war nicht aus England, ne? Du guckst nur so interessiert. Spielt Max eigentlich auch mit? Kennt er die Auflösung? Ne, ne? Ne, Max kennt die Auflösung nicht, aber ist auch einfach sehr gemütlich im Denken manchmal. Das ist eigentlich... Wow! Er denkt zuerst und dann spricht er und das unterscheidet ihn gerade so ein bisschen vom Rest der Truppe hier. Ne, ich habe noch überlegt, ob ich so einen Spiegelhinterart montiere, bevor er hier aufkrötzt. Aber ich habe es leider nicht getan, insofern bin ich noch relativ ratlos. Hinweis Nummer 4. Ich war offen homosexuell und setzte mich in vielen Projekten für die Rechte von Schwulen und Lesben ein. Ui. Da gibt es ja den einen oder anderen, aber die 40 erst geboren... Bruno Westerwelle ist tot, aber nicht 1941 geboren. Und nicht den letzten geboren. Und hat, glaube ich, nicht Medizin in Cambridge studiert. Ja, und wurde wahrscheinlich auch nicht da in, wie auch immer es hieß, geboren. Und Turing kann es auch nicht sein, das war ja dann schon weit vorher. Oder? Ja, Turing war sehr viel früher. Der wurde ja irgendwie... Der war ja schon voll am Forschen während des Krieges. Ja, genau. Der fällt auch raus. Und jemand wie Oscar Wilde war ja auch nochmal deutlich früher. Also ich habe wirklich keine Ahnung im Moment. Okay, das ist gut. Aber jetzt mache ich mal eine Genre-Richtung auf. Mein erster Film wurde 1969 veröffentlicht. Dann, Herr Weismann, bitte. Ist es Graham Chapman von Monty Python bekannt? Ja. Oh Mann, ey, nach fünf Hinweisen. Ja, Glückwunsch. Ich bin echt ein Monty-Python-Fan. Sorry. Ich habe gewusst, dass bei euch Filmen-Nerds unterwegs sind. Aber ich hatte gehofft, das lange genug hinziehen zu können. Das hoffe ich auch immer, aber das klappt nicht. Ja. Aber die Regeln sagen doch, ich muss jetzt noch die restlichen Hinweise vorlesen, oder? Unbedingt. So ist es. Ja? Ja. Also Nummer sechs. Ich war stark Alkohol- und Nikotinsüchtig. Ich überwand beides für einen Dreh, wurde aber, als ich dann in die USA migrierte, stattdessen kokainabhängig. Oh. Wie war das? Bitte? Was? Welcher Dreh? Das war die Hauptrolle in Life of Brian. Da hat er sich vorher ordentlich ausgenüchtert, damit er diesen Film drehen kann. Okay. Dann hat er gedacht, cool Erfolg, ist in die USA und hat dann mit Kokain angefangen. Für den Film hat er sich ausgenüchtert. Vom Regen in die USA und ich glaube, war das nicht auch bei Life of Brian, dass irgendjemand irgendwo keine wirkliche Einreise oder Arbeitserlaubnis hatte und dann immer nur kurz zum Set geflogen werden musste und dann wieder zurück? War das nicht auch bei das Leben des Brian? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, es war das Leben des Brian. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen die Story. Aber ich wollte sagen, Chapman hatte ja noch lange nach seinem Tod immer, oder zumindest so symbolisch Auftritte, weil die Monty-Python-Gruppe zu so einem Interview einfach geschlossen hochkam mit so einer Urne und den so auf den Rand hingestellt haben und dann immer so ein, jetzt halt da, jetzt halt ruhig Chapman, wir wollen es nicht hören und irgendwie noch beschimpft haben. Ich habe mir auch gedacht, das war so, huuuh. Ich weiß gar nicht an, was der gestorben ist. Kommt das noch in einem der Hinweise? Ja, natürlich. Okay. Aber erst in Nummer 8 und jetzt kommt erst Nummer 7. Meinen letzten Auftritt hatte ich 1988 im Videoclip Can I Play With Madness von Iron Maiden. Wow. Den habe ich mir dann natürlich angeschaut. Da spielt er einen spießigen Lehrer. Total passend. Nummer 8. Ich starb an Mundrachenkrebs, einen Tag vor dem 20-jährigen Jubiläum meiner Künstlergruppe. Wahrscheinlich hatte ich zu viele Süchte. Also der hat so viel geraucht und Alkohol zu sich genommen, dass er dann halt seinen Mundrachenkrebs gehegt und gepflegt hat. Und einen Tag bevor die Monty Pythons 20 geworden wären, ist er gestorben. Ja, Kokain durch die Nase zu ziehen, ist sicherlich auch jetzt nicht das Beste für einen Rachen wahrscheinlich, oder? Haben die da gefeiert dann das 20-jährige Jubiläum? Weißt du das? Ja, scheinbar schon. Und sie haben vor allem die Beerdigung, also das habe ich nicht als Hinweis, aber die Beerdigung von Chapman haben sie zu so einem typischen Monty Python-Sketch gemacht. Also John Cleese war ja der erste Mensch, der im britischen Fernsehen Shit gesagt hat. Und er hat während er, also er hat gesagt, als ich meine Rede für diese Beerdigung geschrieben hat, hat mir Chapman ins Ohr geflüstert, ich solle bitte auch der erste Brite sein, der während einer Beerdigung Fuck sagt. Okay. Und da passt auch zu, Hinweis Nummer 9, bei meiner Beerdigung wurde Always Look on the Bright Side of Life gesungen. Oh. Also das haben sie tatsächlich dann ziemlich skurril scheinbar zelebriert. Und dann der letzte Hinweis, also wenn ihr da noch nicht drauf gekommen werdet, dann wäre ich extrem enttäuscht gewesen, aber der letzte Hinweis, besonders meine zwei Hauptrollen in den Filmen, die Ritter der Kokosnuss und das Leben des Brian machten mich unsterblich. Also unsterblich, in Gänsefüßchen. Genau. Ja, das kannst du ohne Gänsefüßchen, glaube ich, hinstellen. Ich bin zwar schon lange gestorben, aber ich bin unsterblich. Jetzt sind ja gar nicht neben dir. Ich bin nicht tot. Richtig. Ich bin doch gar nicht tot. Ich bin doch in den Regeln. Ich bin doch am Leben. I feel fine. Ja, schön, aber das war es schon. Ich habe mich tatsächlich an die zehn Hinweiseregel gehalten. Das ist so ein typischer Anfängerfehler, aber es seid ihr verziehen. Das war nämlich trotzdem sehr schön. Also wenn ich dir einen kleinen Geheimtipp geben darf, so wie man das so regelt, du darfst gerne zehn Hinweise nehmen, aber dann musst du halt jeweils den ganzen Absatz als Hinweis verkaufen. So, und die zweite Person, die du vorbereitet hast, willst du gleich im Anschluss machen oder soll man das separat aufnehmen? Ne, jetzt tauschen wir mal durch. Jetzt hätte Max noch eine, Philipp hätte noch eine und Adrigan hätte noch eine zweite. Ja. Wollt ihr nochmal ein Intro sprechen? Ne, ne. Das wird alles eine große, glückliche, lange Folge. Gott. Also Philipp, ich lasse dir den Vortritt. Alles klar, vielen Dank. Dann fange ich direkt an, ohne umschweifeln, meinen Zettel in die Hand zu nehmen und dann umzuschweifeln. In den 1970er Jahren bekam ich wohl die meiste Beachtung und Anerkennung, wenn auch Posthum. Graham Chapman. Adolf Hitler. Ah, Hitler war es gewesen. Vorher hat ihn keiner beachtet. Das ist natürlich nicht. Nein, nicht Tolkien. Das ist aber eine schöne Idee. Also Adolf Hitler meine ich. Ja, super gut. Darf ich mal nachfragen, dass ich das richtig verstehe? Also in den 70er, 80er Jahren war die Anerkennung für etwas, was er vorher getan hat oder er hat es in den 70er, 80er Jahren getan und bekam die Anerkennung dann später? Ersteres. Also er war schon tot in den 70er, 80er Jahren und hatte dann aber seinen Peak Bekanntheit. Genau. Oder Anerkennung. Genau. Hinweis 2. Ich wuchs als Kind eines unter anderem Bergsteigers und seiner zweiten Ehefrau mit vielen, vielen Geschwistern auf. Der Papa war Bergsteiger als Beruf. Unter anderem. Okay. Der Sohn von Reinhold Messner. Der rechte C von Reinhold Messner. Ja, vor allem in den 70ern. Also dann tippe ich mal auf England. Hier, die große Bergsteiger-Nation. Ich lege mich mal geografisch fest. Gefällt mir. Hinweis 3. Heute spekuliert man, dass ich wohl unter einer bipolaren Störung liet. Auslöser war wahrscheinlich Missbrauch durch meine Halbgeschwister. Aber auch mein Vater litt unter Selbstzweifeln, Überlastung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Ängsten. Ach und vieles, vieles mehr. Später litt ich unter ähnlichen Symptomen. Dominik, hattest du vorhin was von sehr langen Absätzen gesagt? Ja, aber das war noch absolut harmlos. Oh ja. Das war kein Dominik-Original. Aber bevor der Rezesseer nicht halb erstickt, ist es noch lang. Wir könnten ja auch mal die schöne Regel einführen, dass es nicht 10 Hinweise, sondern 10 Sätze sein müssen. Oh. Gottlob, Verkommerta und das Wort und. Genau. Aber auch mein Vater litt unter Selbstzweifeln, Überlastung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Ängste und vielem weiteren. Später litt ich unter ähnlichen Symptomen. Ich finde es ja immer sehr schön, wenn Kinder ihren Vätern nacheifern. Warum genau hast du das jetzt wiederholt? Weil ich da im Gebiet danach war. Ah, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hatte jetzt irgendwie so einen totalen Matrix-Moment, habe die ganze Zeit gewartet, dass hier ein Hase vorbeiläuft. Habe ich wille genommen. Ich versuche gerade zwanghaft an irgendjemanden zu denken, der total fröhlich und happy ist. Robin Williams. Naja, wobei bei dem weiß man ja auch nicht ganz, wie es da drin aussah. Nein, aber die äußere Erscheinung quasi. Hinweis 4. Ich erhielt von Hauslehrer und meinem Vater Unterricht. Ich war völlig begeistert von seiner Arbeit an einer Nationalbiografie. Und apropos Vater. Als mein Vater zum Ritter des höchst ehrenvollen Orden vom Bade ernannt wurde, wurde kurz darauf mein erster Artikel abgedruckt. Nur einen Monat später verstarb mein Vater. Wahrscheinlich besteht da aber kein Kausalzusammenhang. Was fies ist, ich habe jetzt die ganze, ich bin, ich bin, ich gehe im Kopf wirklich nur noch Briten durch. Aber es wurde noch nicht bestätigt, dass es ein Brite ist, oder? Das war nur eine Vermutung. Philipp hat gesagt, das gefällt mir. Das könnte natürlich sein, dass ihm gefällt, dass der Jürgen auf der falschen Fährte ist. Nein, mir gefällt es einfach generell, wenn man bei Spielen auf was committet. Einfach so sagt, ich glaube, das ist jetzt ein Brite. So, ich gehe jetzt nur noch da lang. Ich mag das. Das ist jetzt so. Du passt jetzt gefälligst deine Hinweise darauf hin an, dass es ein Brite war. Ja, ich biege das jetzt alles noch um auf irgendeine andere Person. Sehr gut. Ja. Schriftsteller. Nee, Journalist. Ich hätte jetzt auch gesagt Journalist. Ja. Gefällt mir auch. Also, ja, ja, aber. Britische Journalisten für 200. D, 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 D. Hinweis Nummer 5 bringt euch vielleicht etwas näher. 1905 kam ich in den Bloomberry-Kreis. Einen Umgang, der mich deutlich voranbrachte. Wir hatten einen gemeinsam erklärten Gegner. Das Spießertum. Irgendeiner von den Sex Pistols. Nee, nicht den Sex Pistols von hier Dings. Den Ramones. Ja, genau. Nein, das ist keiner von den Ramones. Ja, wobei Sex Pistols würde auch passen. Ich glaube, dafür sind wir noch etwas früh, vor allem in der Zeit. Wir sind ja 1905 gerade. Ja, das stimmt. Aber egal. Spießertum. Tod dem Spießertum. Ja. Hinweis Nummer 6 ist fantastisch, wenn auch etwas lang. Aber bleibt bei mir, es lohnt sich. Durch ein gefälschtes Telegramm kam es zu einer Einladung auf dem Kriegsschiff Dreadnought. In wilder Kostümierung inklusive falschen Bärten, orientalisch wirkender Kleidung und viel, viel Schminke nahm ich mit meinen Freunden teil und gab mich als Diplomat aus Abyssinien aus. Das ist das heutige Äthiopien. Dieser Vorfall führte zu einer offiziellen Anfrage im Oberhaus. Ich zitiere an der Stelle aus Wikipedia. Eine Abordnung führte die Delegation, also die Schummler, durch das höchstgeheime Schiff. Die Flaggen wurden gehisst und die Kapelle spielte zu Ehren. Allerdings spielten sie die nationale Hymne von Zanzibar, da die Abyssinische nicht aufzutreiben war. Die fürstliche Gruppe unterhielt sich mit einigen Brocken Swahili und der Dolmetscher sprach ein Kauderwelsch einiger Zeilen von Vergil. Zu ihrem Glück war das einzige Besatzungsmitglied, dessen Muttersprache Swahili war, also die das merken hätte können, an diesem Tag gar nicht an Bord. Ein Foto des Empfangs schickte die Gruppe dann dem Daily Mirror und ein Mitglied ging persönlich zum Außenministerium, um den Vorfall zu melden. Und jetzt noch mal eine Anmerkung, das Beste daran ist, da die Gruppe kein damals geltendes Gesetz gebrochen hatte, kam es zu keiner Verurteilung. Ein Mitglied bot dann aber sogar an, sich sechs Stärkschläge versetzen zu lassen für die Sache, aber nur unter der Bedingung, dann auch zurückschlagen zu dürfen. War das schon der Hinweis? Das war der Hinweis. Also ich glaube, das war der Rekord tatsächlich, aber es war in der Tat sehr interessant. Aber es lohnt sich einfach, es ist fantastisch. Naja, also ich meine, jetzt sind wir uns ja, also jetzt ist es ja offensichtlich und ich möchte den Gästen an der Stelle auch Gelegenheit geben zu lösen. Also die Geschichte ist sehr bekannt, aber ja, kennt sie ja auch nicht unbedingt jeder. Also ich bin jetzt wieder von der seriösen Schriftsteller- oder Journalisten-Dings weggekommen, wenn das mit dem Kampf gegen das Proletariat und solchen Gag-Aktionen ist. Aber England war schon mal ganz gut, glaube ich. Also Tipp, so mit dem Namen von einem Schiff und dass es diesen Bloomberry-Kreis gibt, weist es schon auf ein englischsprachiges Land hin. Definitiv. Ja, ja, und das Oberhaus und da war schon was drin. Darf ich als Gast, den ihr nicht sehen könnt, eigentlich Google benutzen? Nein. Das wäre auch England, die Ehre und so. Ehreschmere. Du kannst ja sechs Schläge für den Stock anbieten. Ja, das ist so eine schöne Aktion. Als Hinweis, es gibt dieses Foto übrigens online und ich muss es verlinken, es ist einfach fantastisch. Aber jetzt, also der hat gesagt mit viel Schminke. War das jetzt ein Weißer, der sich als Äthiopier geschminkt hat? Korrekt. Da gehört auch echt ganz schön viel Blindheit dann dazu, oder? Ja, also auch wenn man, wenn man das Foto anschaut, denkt man sich schon, na gut. Ich glaube, das ist wie so oft einfach eine Frage von Auftreten. Wenn du entsprechend souverän auftrittst, kannst du den Leuten echt fast alles weismachen. War das nicht Harpe Kerkeling, der als Königin Beatrice aufgetreten ist? Genau. Und ich sag mal, aber die Kostüme schauen halt wirklich nach, heute würde ich sagen, das ist so Faschingsfundus. Okay. Also ihr habt noch keine Lösung, dann werfe ich euch mal Hinweis Nummer 7 hin, der in eine völlig andere Richtung geht. Welche Leute Angst vor mir haben, Elizabeth Taylor und Richard Burton konnten mir das wohl nicht mehr sagen. Du verwirrst mich. Irgendjemand hat gerade eine E-Mail gekauft. Oh, schade. Bei dir hätte ich noch gedacht, dass du damit vielleicht noch am ehesten was anfangen kannst. Nee, Moment, nicht so wirklich. Okay, lasst euch von dem nicht zu sehr verwirren, wenn ihr sozusagen, da hättet ihr drauf kommen können, aber das ist jetzt nichts, was so linear hinführt, sondern wenn man es, hiermit hätte man es lösen können an der Stelle, wenn man eine Information hat. Ansonsten lasst euch davon nicht zu sehr ablenken. Wenn man überhaupt schon mal jemals von dieser Person gehört hat, da bin ich mir beim Philipp ja auch immer nicht ganz sicher. Hinweis 8, ich heiratete 1912, Kinder bekam ich jedoch keine. Mein Arzt riet mir dringend aufgrund meiner Gesundheit davon ab. Ein Jahr später litt sich auch enorm unter einer Depression und er nahm einen Suizidversuch. Im Bereich der Schriftstellerei wuchs ich wiederum über mich hinaus und schaffte Weltliteratur. Du warst 1912 geheiratet und 1970 erst berühmt geworden. Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber sozusagen so, das ist nochmal so eine sehr wichtige Phase der Rezeption der Werke. Ian Fleming. Nein. Warum hast du jetzt so gezögert? Nö, ist nicht Ian Fleming. Was soll ich sagen? Ist nicht Ian Fleming. Ich wollte höflich sein. Ja. Sir Arthur Cannon Doyle. Nein. Orson Welles, nee. Nein. Ich lese euch vielleicht einfach nochmal den ersten Teil vor. Ich heiratete 1912, Kinder bekam ich jedoch keine. Mein Arzt riet mir aufgrund meiner Gesundheit davon ab. Also es ist ja wahrscheinlich dann, nee. Ein weibliches Wesen. Möglich. Ja, aber vielleicht rät er ihm ja auch als Mann davon ab. Ja, aber ich meine, wenn er das schon explizit drauf aufmerksam macht. Schade, ich war jetzt stolz auf meinen Fleming-Tipp. Das hätte so mit den Verfilmungen dann vielleicht irgendwie gepasst. Hinweis 9. Am 28. März und 41 nahm ich einen schweren Stein in meinen Mantel und sprang in den Fluss U's. Aus meinem Abschiedsbrief stammen die Zeilen. Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Wie auch die Auer. Alles außer der Gewissheit. Deine Güte hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Die gespielt wurde hier von The Auer, die von Nicole Kidman verkörpert wurde. Ich kenne leider nicht The Auer. Der sagt mir auch nichts, der Film. Ich weiß den Namen nicht. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über den Film, Dominik. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt gedacht. Doch, du hast recht. Du hast recht. Ja, aber ich brauche einen Namen. Du hast recht. Nee, ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nur, dass die Nicole Kidman die gespielt hat in dem Biopic und dass die sehr bekannt war und die Frau Kidman den Oscar dafür gekriegt hat. Ja, was hat sie denn gemacht? Außerschreiben. Niemals zehn. Ich war nicht nur britische Schriftstellerin, Verlegerin, starke Frau und international bekannt. Starke Frau? The Voyage Out und A Room of One's Own zählen heute als Meilensteine und meist zitierte Texte der neuen Frauenrechtsbewegung. Ich bin eine der bedeutendsten Autorinnen der klassischen Moderne. Mein Name ist? Emily Brontel. Nein. Keine Ahnung. Virginia Woolf. Ach, Virginia Woolf. Deswegen auch die Frage. Den Namen habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ich hätte da nie im Leben. Welche Leute haben Angst vor mir? Denn es gibt einen Film mit Elizabeth Taylor und dem Richard Burton mit dem Namen. Ja, da heißt es vor Virginia Woolf. Genau. Ganz genau. Ja, okay. Ich beiße mir in den Arsch. Das seht ihr leider nicht. Ich empfehle jedem Wikipedia-Artikel davon zu lesen. Es ist absolut fantastisch, was in ihrem Leben alles so passiert ist. Da sind auch viele Tagesschüttinge dabei, keine Frage. Aber wow, mega interessant. Ich habe mir bei der Person echt gedacht, zerfix, ich würde hier lieber gern 30 Hinweise schreiben. Da gibt es so viele tolle Sachen noch. Ja, du hast 30 gemacht und hast die einfach zu 10 zusammengefasst. Im Endeffekt. Finde ich sehr gut. Der Meister der Komprimierung. Der hat sich als schwarzer Mann verkleidet. Ich werfe mal den Link auf das Foto als Shownotes dazu. Das könnt ihr dann vielleicht einfach selbst beurteilen. Also der Philipp hat ihn gerade auch in den Slack gepostet und ich schaue mir dieses Bild gerade an. Ich könnte ja nicht sagen, wer jetzt da die Frau ist. Doch, ich kann es ja schon sagen. Ja, die Person ganz in links. Ach so. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die zweite von rechts. Ist auch eine Frau, oder? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht, wer auf dem Foto ist. Aber wie gesagt, schaut es euch selber an. Der ganz rechts mit dem Zylinder und dem Schnurrbart könnte ja auch eine Frau sein. Wahnsinn. Also diese angeklebten Vollbärte und Turban und Gewänder sind einfach echt absurd. Ja, das müssen wir anderen euch jetzt einfach glauben. Müsst ihr wohl. Sag mal, Philipp, kann man deinen sechsten Hinweis als gebundenes Buch kaufen? Es gibt garantiert tolle Bücher über ihr Leben, wo auch diese Sache noch näher beleuchtet ist. Gut, aber dann würde ich doch sagen, reiche ich den Ball wieder weiter? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Go Max, go Max. Ähm, ich hab tatsächlich noch nicht. Na dann mach doch. Und ich beginne right away. Bei dir hab ich ja echt Hoffnung, dass du, äh, ich hab echt Hoffnung. Ich lass es dabei. Stopp, Max, bevor du anfängst, jetzt möchte ich wissen, warum. Warum? Na, weil bei Philipp hab ich immer eh keine Hoffnung, ähm, dass ich da jemals draufkomme. Ja, das war schwierig. Also, meiner ist gut erratbar. Ich freu. Ähm, oder meine. Ich, äh, ersten Hinweis werdet ihr schon merken, ob Mann oder Frau, denn ich bin, der Neffe, eines der einflussreichsten und reichsten Waffenhändler meiner Zeit. Okay, ist nicht Lady Di. Aber vielleicht ist es Dodi Al-Fayette? Ähm, der ist es nicht. Ich geh einfach mal zu Hinweis Nummer zwei. Ich war dreimal geschieden und hatte vier Kinder. Vier Kinder und, äh, achso, nee, ich bin jetzt auch bei Waffenhändler, aber das heißt ja nicht, dass er auch Waffen verkauft hat, ne? Nee. Nee, nee, nee. Nur weil er geschieden ist, ne? Ich war jetzt sofort bei Boris Becker oder, äh, Gerhard Schröder, aber die leben beide noch. Boris Becker ist tot. Als Waffenhändler? Na, als Neffe von einem Waffenhändler. Ich weiß ja nicht, was der Schröder so alles macht in der Familie. Das könnte nach wie vor jede einzelne Person sein, weil so viele Menschen einfach ein Neffe von einem Waffenhändler sein könnten. So, vielleicht einer von uns? Vielleicht einer von uns? Also, ich mach's mal wahnsinnig viel konkreter. Mein Name ist... Hinweis Nummer drei. Ich habe BWL studiert, aber niemals als Geschäftsmann gearbeitet. Das ist aber echt auch ein klassischer A-Hinweis. Oh, ich habe den Beruf gelernt und alle wissen im Vorfeld, aber nicht ausgeübt oder zumindest nicht lange. Ich habe es direkt dazu gesagt, genau. Also, äh, Hinweis Nummer vier. Jetzt wird das ein bisschen konkret. Ähm, ich hatte, wie gesagt, vier Kinder. Drei davon waren US-Bürger. Drei davon waren US-Bürger. Klingt, als hätte die Person in die USA sozusagen hineingeheiratet. Ja, oder ist ausgewandert. Halt, Moment. Oder war einfach nur sehr lange in den USA, weil das habe ich die Tage gelesen, dass es ganz großen Strom von Russen gibt, die einfach zur Geburt in die USA fliegen, damit das Kind russische, amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Weil es reicht aus, wenn du dort geboren bist. Ist das nicht auch in Spanien oder war es Italien der Fall, dass es so ein Erde-Geburtsrecht ist? Das kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht von den Amerikanern. Aber ich glaube, das kommt häufiger vor, weil meine, wir wohnen ja nah an der Schweizer Grenze in Freiburg. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich um ein paar Tage fast in der Schweiz geboren wäre. Und ich glaube, dann hätte ich mir zumindest aussuchen können mit 18, ob ich Schweizer oder Deutscher hätte sein wollen. Ah. Kann sein, dass es auch nicht ganz richtig ist. Oder. Ich mache mal noch weiter, weil ihr überhäuft mich ja mit konkreten Vorschlägen. Also jetzt nicht als Kritik gemeint, aber ich dachte. Du, das ist das Trudeln der Ahnungslosen. Ja, Nummer 5. Alle meinen vier Kindern ist aktuell die Ausreise aus dem Land, in dem sie sich befinden, untersagt. Ja, das klingt ja, da wären wir wieder bei unseren Terroristen hier. Das ist aber nicht so Osama Bin Laden. Den hat man schon. Stimmt, den hattet ihr schon. Gaddafi. Saddam Hussein. Arafat. Helmut Kohl. Also wenn das Richtige dabei ist, sage ich ja. Das sind sehr viele sehr konkrete. Das ist ein bisschen länger noch. Ansonsten spare ich mir die Spucke. Ne. Dann wissen wir jetzt nicht. Dann glaube ich nochmal weiter. Das wäre natürlich auch cool, wenn man so einen Waffenhändler so im Mittelalter sich vorstellt, der einfach hier so ein paar rostige Schwerter verkauft hat. Was war das Jahr gleich wieder? Aber das wird ein bisschen schwierig, wenn der BWL studiert hat. Ja, das stimmt. Welches Jahr? Ich habe kein Jahr genannt. Ist das irgendein ausgewandert, der Nazi? Das ist ein ganz alter Trick. Du bist nicht darauf reingefallen. Aber ich kann nochmal den Hinweis von gerade eben vorlesen. Also allen meinen vier Kindern ist aktuell die Ausreise aus dem Land, in dem sie sich befinden. Ja, ja. Die sind nicht in den USA, die sitzen irgendwo anders. Die Frage ist, wo? Aber das heißt, es sitzen jetzt gerade vier populäre Menschen, die zu einem Familienclan gehören, mehr oder weniger populäre Menschen in einem Land, aus dem sie nicht raus dürfen. Also jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Leben dienen die Kinder alle? Genau das wollte ich eigentlich mit diesem, indem ich es nochmal vorgedreht habe. Genau das war im Präsenz. Okay. Weil das wird für mich wiederum auf jemanden tippen, dessen politisches System gekippt ist und dann, keine Ahnung, abgehauen ist oder ähnliches. Hm. Ja, deswegen, also ich fand, ich fand vorhin schon dieses Gaddafi, äh. Naja, ja, ja. Das war, ich glaube, das war richtig nah dran. Dieses Gaddafi-Zeug. Ja, fand ich auch. Wir sind nah dran, ich sag's dir. Hm, ihr seid nicht schlecht. Ähm, ich, jetzt kommt ein Hinweis zum Um-die-Ecke-Denken, auf den ich mich besonders freue. Hinweis Nummer sechs. Ich, ich sorgte für ein einsames Sandboarding-Erlebnis in der Wüste. Alter. Sandboarding. Okay. Der ehemalige Präsident von Ägypten. Kann man das jetzt irgendwo hin einordnen? Na gut, mit Wüste ist ja zumindest vielleicht schon mal irgendwie. Ist das irgendein exzentrischer Typ, der halt dann irgendwas aufgeschüttet hat oder halt da nicht. Weil, wenn Max sagt, das ist was zum Um-die-Ecke-Denken, dann sind die Ecken recht groß. Okay, Moment, aber Moment. Sandboarding ist doch sozusagen so wie Skifahren, aber auf Sand. Richtig? Oder sehr unangenehmes Waterboarding. Also ist er vielleicht verantwortlich für die globale Erwerbung und da war vorher noch ein Skigebiet. Na, ich würde eher wiederum darauf tippen, dass er tatsächlich irgendein Monument hingestellt hat, wodurch sich dann da wieder der Sand fängt und dann rutscht man da, kann man da wirklich irgendwo runterrutschen. Das ist tatsächlich sehr abstrakt. Oder es ist die Idee sozusagen, dass ja in Dubai zum Beispiel jetzt so Skihallen stehen. Aber dann wäre es ja nicht ein sehr einsames Sandboarding-Event. Ach so, einsam. Ja, ja. Ein sehr einsames Sand. Ja, aber auch das Event ist irgendwie irritierend. Hm. Das ist komplett alles irritierend. Ich mache mal weiter. Hinweis Nummer sieben. Mein Familienname ist die arabisierte Version des türkischen Wortes für Löffel. Löffler? So, jetzt wird es langsam aber richtig leicht. Aber jetzt können wir es tatsächlich geografisch ja schon mal ordentlich eingrenzen, aber das hatten wir ja eigentlich schon. Es wird jetzt dann gleich deutlich leichter. Wen hat man denn noch nicht von diesen Schurkenstaaten, Schurken? Kofianan. It's wrong on so many levels. Aber ich bin tatsächlich auch die ganzen Namen durch, die ich so aus den frühen 2000er Fernsehnachrichten kenne. Ja. Da weiß ich bei der Hälfte nicht, ob sie tot ist und bei der anderen Hälfte weiß ich nicht, ob man Schurkenstaaten dazu sagen darf. Ja, was man so halt als Kind in den Nachrichten irgendwie aufgeschnappt hat und überhaupt nicht einordnen kann, genau. Die Definition von Schurkenstaat ändert sich ja auch gerne mal alle drei Jahre. Du, die Sieger schreiben die Geschichte, ne? Moment, Moment. Ja, die Sieger und wir manchmal. Ich habe einen Verdacht. Die Person ist noch keine zwei Monate tot, richtig? Zum Zeitpunkt der Aufnahme, was der 5. November 2018 ist. Ja? Ja, das ist richtig. Dann würde ich kippen. Das wäre jedenfalls Nummer 10 gewesen. Es ist Jamal, Jamal, wie heißt der, äh, Khashoggi. Äh. Alia, der Journalist. Richtig. Den die Botschaft ging und nicht mehr rauskam. Oder nicht mehr. Alter. Sehr gut. Und wie hat der ein Sandboarding-Event gemacht? Das weiß ich allerdings auch nicht. Also, ihr habt vielleicht, äh, mitgekriegt, kurz nach seinem Tod hätte in Saudi-Arabien die Future-Investment-Initiative, initiative, danke, stattfinden müssen, die man auch nennt Davos in the Desert. Ah. Langsprach. Ja. Und, äh, fast alle Teilnehmer haben, äh, abgesagt und sind nicht hingeflogen. Ah. Das war doch diese Diskussion auch. Ja, 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 ja. Lange hat der Siemens-Chef noch gesagt, er würde hingehen und dann war der öffentliche Druck so groß, dass er dann irgendwann auch abgesagt hat. Und es ist fast keiner dort aufgetaucht. Und, äh, Davos in the Desert, da dachte ich an Sandboarding in der Wüste quasi. Oh, das ist aber schon echt, das sind schon, ich hab gesagt, das sind große Ecke hier. Nicht zu viel versprochen, hast du gesagt, dass du um die Ecke denkst. Schön. Es war mir klar, dass in dem Moment keiner verstehen würde. Nicht schlecht. Aber es sind laute Sachen, die ich über ihn noch nicht wusste. Also ich, ich mach mal weiter, aber jetzt wäre dieser, ähm, Journalismus-Gedanke gekommen. Ähm, Hinweis 8 wäre gewesen, er interviewte mehrmals Osama Bin Laden in den 90er-Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, Hinweis, äh, 9 bin ich jetzt. Ich bin, ich bin keines natürlichen Todes gestorben. Und der 10. Hinweis wäre dann genau erst, erst seit einem guten Monat tot. Ich habe mir beim Sandboarding in der Wüste das Genick gebrochen. Und es konnte mir niemand helfen, es war sehr einsam. Genau. Aber die haben doch dann irgendwie so im Nachhinein so ein paar Dinge veröffentlicht. In wie vielen Minuten haben sie ihn zerstückelt? Er muss irgendwie innerhalb von ein paar Minuten getötet worden sein, als sie die Botschaft betreten hat. Und dann haben sie ihn irgendwie zerstückelt. Ja. Das, ähm, fand ich. Mit einer Knochensäge in die Koffer und dann mit der Hintertür. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das trotzdem ein bisschen witzig finde. Ich meine, also. Das ist auf jeden Fall sehr makaber. Ja. Das ist, ähm, echt richtig, richtig makaber. Ja, finde ich, äh, vor allen Dingen schön, weil das, ähm, so traurig wie das jetzt gleich klingt, aber den Tusha-Fall ist, von dem wird die Geschichte wahrscheinlich schnell vergessen. Weil den kannte vorher kaum jemand. Und, äh, das ist halt jetzt, äh, in der, in der, in den Medien, äh, natürlich sehr präsent. Und dann kommt es beim Jahresrückblick nochmal. Und ich glaube, dass spätestens in zwei Jahren, wenn die Deutschen wieder Waffenexporte, äh, machen wollen, ähm, dass es, äh, kein Mensch mehr sich daran erinnert, dass es diesen Menschen gab und wie schlimm das alles war. Zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Und deswegen, ähm, finde ich das toll, dass du quasi ihm diesen Monument gesetzt hast, den man im Zweifelsfall der deutschen Bundesregierung einfach mal schicken kann. Die hören sowieso zu, Dominik. Ich hätte gerne mal einen Kamm. Angie, schöne Grüße. Also, der, der Name Khashoggi bleibt grundsätzlich schon noch in Erinnerung, da er, wie gesagt, der Neffe, äh, eines der einflussreichsten und reichsten Waffenhändler, äh, der 80er, 90er Jahre war, und das war Adnan Khashoggi. Also, wenn man Khashoggi googelt. Ah, daher der Name. Und wo sitzen die, äh, vier Kids fest? In Saudi-Arabien zurzeit. Die dürfen nicht mehr raus. Wie alt sind die? Vier. Aber nur, um diesen Adnan Khashoggi etwas einrunden zu können, also in den 80er, 90er Jahren war der mal der reichste Mensch der Welt. Krass. Was? Also nicht er, sondern die Verwandtschaft, ne? Also nicht der Journalist. Aber wegen, äh, der Journalist, äh, Jamal Khashoggi quasi, hat einen sehr reichen Onkel. Klar. Und dadurch auch, ähm, gute Kontakte zum Königshaus, ähm, stand tatsächlich auch der, der Muslimbrüderschaft, äh, relativ nahe. Ähm, genau. Cool. Sehr schön. Wieder was gelernt. Verrückt. Das ist, manchmal kann man sich gar nicht, äh, dagegen wehren, dass man hier was lernt, ja. Das, äh. Vor allem, der Philipp ist, äh, on fire. Mhm. Ja? Aber komm. Aber habt ihr noch Lust für einen? Aber ich wollte gerade sagen, komm mit einem, mit einem Schauspieler, den ich nicht zufällig kenne, oder einem Sportler um die Ecke. Und ich sag's dir nach Hinweis, 30 immer noch nicht. Das hat doch damit nichts zu tun, der hat das jetzt schon. Ja, 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 ja. Na klar, wir nehmen noch einen. Ja, natürlich wollen wir noch einen. Wir nehmen noch einen. Natürlich. Also, da wird's jetzt, ähm, den hab ich zuerst, äh, äh, entwickelt, seine Geschichte. Und da hab ich mich noch etwas in den Sätzen verkünstelt. Also, es kann sein, das wird etwas Philipp Desk. Schön. Vor allem der erste, ich geh gleich gut los. Erstens, ich wurde am 11. Oktober 1905 als zweites von drei Geschwistern geboren. Das war mal kurz und knackig. Und informationsarm. 1905 war das. Richtig? Okay. Gut. Keine Hot Guasses, dann geht's weiter. Äh, Tick von Tick, Trick und Track. Ach nee, dann ist es ja, äh, Trick. Tick, Trick und Track. Wenn es als zweites von drei, dann muss es der mittlere sein. Trick. Ja, und jetzt kannst du mir noch sagen, wie der auf Französisch heißt? Äh, Trick. Ticke. Ne, weil die haben so unfassbar skurrile Namen in allen verschiedenen Sprachen. Die heißen ja immer nach so lautmalerischen Geräuschen in jeder Sprache. Das heißt, sie heißen, in jedem Land heißen die anders. Aber ich finde so, Ticke, Trick und Track, finde ich, könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Die heißen Riri, Fifi und Lulu, glaube ich. Lulu? Ja. Tinky, Winky, Dipsy und Lala. Gut. Hier waren zwei. Ja. Nee, du darfst, Philipp. Nee, nee, nee. Ich wollte nur sagen, das hing, glaube ich, mal beim Comicsalon Erlangen aus. Und das habe ich mir abfotografiert, weil ich es so lustig fand. Weil da standen auch lauter Sprachen und die jeweiligen Figuren, wie sie in dem Duck-Universum heißen, drauf. Ich habe vor ein paar Monaten einen guten Freund in Mainz besucht und wir waren am Sonntag so ein bisschen durch aus Gründen und haben nicht mehr so richtig viel auf die Kette gekriegt und deswegen sind wir dann ins in Mainz befindliche Disney-Museum gegangen. Wow, cool. Nee, da ist eine Disney-Ausstellung gewesen in einem Museum. Und da habe ich mir ganz viele Originalzeichnungen von Walt Disney angeschaut. Aber ist total irrelevant eigentlich. Aber interessant. Aber ich glaube, ein permanentes Museum ist in Mainz nicht. Nee, genau, eben in Mainz ist das Kultur irgendwas Dingsbums und da war halt zu der Zeit gerade die Disney-Ausstellung. Cool. Grüße nach Mainz. Hinweis Nummer 2. In Queens, Ortshinweis, war die Muttersprache meiner Eltern etwa ebenso verbreitet wie Englisch. Das änderte sich im Mai 1915. Ab da wurde neben der Schule auch im Freundeskreis und meinem Elternhaus Englisch gesprochen. Punkt. Punkt. Da waren ganz, ganz, ganz viele Hinweise drin versteckt. Würde ich erstmal ganz grob auf Deutsch sprechen. Auf Deutsch schlippen. Ja, das Deutsche ist sehr naheliegend, ja. Mhm. Kann eigentlich fast nur Deutsch sein in der Zeit. Oder wenn das fast so verbreitet ist wie, das ist glaube ich so die zweitverbreitete Sprache tatsächlich in der Zeit. Mhm. Also ich nicke jetzt einfach mal. In den USA. Deutsch und Brooklyn und 1905. Brooklyn habe ich zwar nie gesagt, sondern Queens. Ah, Queens. Wie komme ich auf Brooklyn? Ist nicht so weit weg. Genau. Von hier aus gesehen die gleiche. So, Hinweis Nr. 3. Mein Vater starb 1918. Nicht an Tuberkulose, sondern an der spanischen Krippe. Er hinterließ mir 30.000 US-Dollar, die mir als Startkapital für meine Immobiliengeschäfte dienten. 30.000? Wow. Von 1918 sind umgerechnet 480.000 US-Dollar heute. Oh, ich dachte, das wird deutlich mehr nochmal. Das habe ich gerade in meinem Kopf hochgerechnet übrigens, das habe ich nicht abgeschrieben. Ja, ja. Mit 480.000 US-Dollar kriegst du in der Gegend aber auch nicht viel. Hm, nicht so wirklich. Aber da war noch eine andere Info drin als die 480.000 US-Dollar. Er ist Immobilieninvestor. Oh, ja, ja. Trump Senior. Ja, ich muss auch kurz sofort an Trump denken. Ich spiele es nicht mehr mit. Ich nehme es immer noch, verdammt. Nee, aber Trump Senior ist es tatsächlich. Tatsächlich? Oh, Frederick? Ja, Frederick. Ja. Frederick Christ Trump. Sehr gut. Stimmt, der heißt Christ. Es gibt eine wahnsinnig spannende Doppelfolge von Dollop über die Trumps. Das ist nur noch deprimierend übrigens. Ja, das ist... Selbst wenn du alles mit weißt schon, was heutzutage hier so passiert, das ist immer noch deprimierend. Und das ist so traurig. Ja, und dass sie wirklich zwei, zwei, ich weiß gar nicht, eine Folge wahrscheinlich so zwei Stunden lang, dass sie zwei Folgen damit füllen, komplett. Das ist absurd. Und das... Kommen die nicht sogar aus der Pfalz? Oder waren die mal irgendwie in der Pfalz? Oder irgendwas war da doch, oder? Nein, im deutschen Vorfahren. Ja, ja. Ja, ich habe mir auch die, der Fritz, glaube ich, hieß der Ur, also der Großvater von Trump, von Donald Trump. Und der war Deutscher, ist dann ganz früh emigriert in die USA, hat da seine Frau kennengelernt, hat sich von der geschieden, ist wieder nach Deutschland, hat da eine andere Frau kennengelernt, geheiratet, mit in die USA genommen. Die wollte aber zwei Jahre später wieder zurück, weil sie Heimweh hatte, dann wollte er auch wieder zurück und wurde aber nicht mehr reingelassen, weil er sich nämlich beim Auswandern nicht abgemeldet hat und sie, die Behörden gesagt haben, das war, ist ein Deserteur, der hat sich dem Wehrdienst entzogen sozusagen. Deswegen haben sie ihn nicht mehr reingelassen und dann ist er wieder in die USA, weil er nirgends anders hinkonnte. Und deswegen haben die jetzt den Präsidenten genommen. Trumps originales Frauenimport. Ich glaube, das war aber irgendwo in Bayern, weil es hieß, die bayerischen Behörden haben ihn nicht mehr reingelassen. Ah. Aber das war eine Doku, das könnte also auch in Franken gewesen sein. Das möchte ich jetzt nicht einordnen, ohne euch zu kränken. Hm. Dann mach doch einfach mal noch die restlichen Hinweise. Ja, ich habe ja noch so viele vorzulesen. Das ist schrecklich. Bei welchem waren wir denn gerade? Bei drei. Deswegen, ich spiele jetzt echt live. Das ist ja total deprimierend. Den ersten bei fünf und den zweiten bei drei erraten. Aber ich war mir, also das war übrigens der Leichte. Jetzt wirst du, jetzt wirst du, jetzt wirst du patzig. Das war eh der Leichte. Neben mehreren hundert Häusern, die ich in Queens habe bauen lassen, eröffnete ich dort auch einen der ersten modernen Supermärkte, in dem Kunden sich ihre Nahrungsmittel selbst aussuchen konnten. Wow. Also einer der ersten Selbstbedienungssupermärkte in Queens. Aha. Nummer fünf. Um, jetzt wird so ein bisschen, jetzt merkt man so ein bisschen die Trump-Gene dann rauskommen. Um groß ins Immobiliengeschäft einzusteigen, übernahm ich eine insolvente Immobilienfirma, die jahrelang in betrügerischer Weise mit Hypotheken gehandelt hatte. Um die Insolvenzverwalter zu überzeugen, gab ich mein Gebot auf einem gefälschten Briefpapier einer fiktiven Firma ab. Dabei behauptete ich, fälschlicherweise schon seit zehn Jahren erfolgreich im Immobilien- und Hypothekengeschäft tätig zu sein. Okay, kann man mal machen. Fake it till you make it. Das ist ein bisschen wie wenn man bei der Diva ein Wertpapier-Depot eröffnet, wo man dann auch immer angeben muss, wie viele Aktien man in seinem Leben schon gehandelt hat, damit man überhaupt irgendwie ein Depot aufmachen darf. Das ist aber nicht nur bei der Diva. Nein, nein, das ist gesetzlich vorgeschrieben so. Aber bei der Diva habe ich die Tage tatsächlich erst gemacht. Deswegen ist mir das gerade, da kannst du auch reinschreiben, was du willst. Ja, ich fand es so interessant, dass er sich so ein kriminelles Unternehmen einverleibt, in dem er kriminell handelt. Ja, ja. Ich vermute, er hat es auch in… Nicht aufgeflogen und dann hat er das Unternehmen nicht rechtlich besessen, oder? Nee, aber es stand nur drin, das hat gereicht, um die Insolvenzverwalter zu überzeugen. Und wenn die ihm den Zuschlag gegeben haben, dann war wahrscheinlich die Tinte trocken und gut. Und ich nehme an, er hat es in dem gleichen Stil weitergeführt. Und ich finde es vor allem grandios, dass man einfach sich selbst einen Briefkopf für so ein Briefpapier ausdenkt und sich eine Geschichte hintendran ausdenkt und damit dann sein Gebot wegschickt. Das ist eigentlich schon fast dreist. Das ist so wie für einen Kumpel auf Ebay immer mit hochsteigern. Genau. Bloß, dass es da um mal einen Zehner geht und beim anderen geht es um ein bisschen mehr. Ein wenig. Hinweis Nummer 6 wäre gewesen, 1936 heiratete ich eine schottische Immigrantin, die bei mir als Hausmädchen gearbeitet hatte. Also das mit dem ausländische Damen heiraten, das war schon beim Vater ganz groß im Kurs. Das hat Trump Junior dann ja auch ein paar Mal hingekriegt. Nummer 7, in meinen Baustellen wurden ausschließlich weiße Arbeiter beschäftigt, die entsprechend ihrer Herkunft eingesetzt wurden. Schweden zum Beispiel waren ausschließlich für Holzarbeiten zuständig. Vorarbeiter gab es keine, da ich jede Baustelle jeden Morgen selbst besuchte. Und er hat tatsächlich Handwerk gelernt gehabt, der hat sich alles selbst beigebracht, Zimmermann, Schreiner und so weiter und so fort, Maurer und hat dann mal seinen Handwerkern gezeigt, wie man es richtig macht, weil die das ja alle nicht gekonnt haben. Aber schön fand ich eben dieses, du kommst aus Schweden, du wirst mit Holz arbeiten. Punkt. Und da hat er wohl auch keine Ausnahmen oder kaum Ausnahmen gemacht. Komplett absurd. Das ist absurd. Der Apfel fällt nicht weit vorm Stamm. Ja, da kommen wir jetzt dann auch wieder dazu. Hinweis Nummer 8 wäre gewesen, während des Zweiten Weltkriegs verschwieg ich meine deutsche Herkunft. Ich gab an, aus Schweden zu stammen und engagierte mich in jüdischen Einrichtungen, weil Juden im Immobiliengewerbe ein immer besseres Ansehen gewannen. Witzigerweise hat selbst Donald Trump in einem Buch 1987 immer noch geschrieben, dass er schwedische Abstimmung sei. Warum? Weil das immer noch besser geklungen hat, als Deutscher zu sein irgendwie. Okay. Das war dann, fand ich ganz witzig, das war ja auch im Wahlkampf plötzlich so ein Riesenrummel, als es hieß, er sei gar kein Schwede, er sei Deutscher. Also irgendwie hat sich das wohl in den Köpfen festgesetzt gehabt. Vielleicht wegen seinen schönen blonden Haaren, ich weiß es nicht. Du musst da auch erstmal drauf kommen. Also es ist ja eine absurde Geschichte. Ja, ich glaube, es ist halt tatsächlich dieses Immobilien-Hypotheken-Business, es ist was, da geht es ganz massiv um den Ruf und als Deutscher warst du so in den Kriegsjahren einfach nicht gerne gesehen. Ich meine, das macht ja Sinn, also sozusagen während der Kriegsjahre, dass er, also natürlich ist es nicht richtig da einfach das, da was zu behaupten, was nicht stimmt, aber da oder da sehe ich ja noch, dass man wirklich einen Vorteil davon hat, aber dann da an dieser Lüge festzuhalten. Naja gut, aber die ganze Zeit nach dem Krieg war ja, meine Deutschen auch nicht besser, also ich meine, also vom Ruf her gesehen jetzt. Das ist ja nicht so, dass ich mit Kriegsende dann plötzlich... Naja gut, ich meine, wenn du mal die Lüge so lange aufrechterhältst, dann... Auch richtig. Ähm, wird das schon irgendwie zu deiner Wahrheit, glaube ich. Mhm. Vielleicht hat der Vater auch einfach vor dem Sohn gelogen, dass er das nicht aufklautert. Donald hat selber eine Weile geglaubt. Genau, vielleicht wusste er es auch gar nicht besser. Schon möglich. Jetzt kommt Hinweis 9, bei dem ihr hoffentlich drauf gekommen wärt. Und im Gegensatz zu meinem vierten Sohn, der meine Geschäfte 1971 übernahm, Donald, habe ich meinem Namen, meinen Namen mit einer Ausnahme nie auf meine Bauten gesetzt. Also der Trump Senior hat irgendwie mehrere zehntausend Wohneinheiten gebaut und auch Prestigeobjekte, hat da aber nie fett Trump Tower draufgeschrieben. Ja genau, das hat Donald erst angefangen dann, ja. Da gab es nicht mal ein Gebäude vorher, das... Ja, es gab so ein Komplex, es gab Trump City. Das war so eine riesige Wohnsiedlung aus eben einer Planung mit viel Grün direkt am Meer. Also was der Trump Senior gebaut hat, waren diese roten Backstein-Riesenhäuser, die so sechs bis zwölfstöckig waren irgendwie, so aus rotem Backstein. Die sieht man immer noch überall in den ganzen Staaten rumstehen, vor allem an der Ostküste. Und er hat halt nie seinen Namen dafür hergegeben, außer einmal, da hat er das ganze Ding halt Trump City genannt, was dann auch nicht ganz so kleinspurig ist, um ehrlich zu sein. Aber die, gehst du auf den Nachnamen noch ein? Nö. Soll ich? John Oliver hat nämlich mal eine Folge gemacht und da hieß es, ich weiß aber nicht in welcher Generation, dass die eigentlich Trump, also nicht Trump, sondern irgendwie irgendwas, was eher so lautmaler Scheiße geklungen haben, was ähnliches, so irgendwie Dampf oder ich weiß es nicht, ja. Ja, ich habe das tatsächlich auch gelesen. Also ich habe die John Oliver-Folge gesehen und ich habe das schon oft gehört, dass er eben Trumpf gehießen hat irgendwie. Und auf der Wikipedia zu ihm und zu seinem Großvater wird aber nur von Trump und auch, oder Trump und auch, also vom Großvater hieß es so die Eltern Peter und Maria Trump. Also irgendwie, entweder die Wikipedia hat sich da dem US-Präsidenten unterworfen oder John Oliver hat damit den Fakt nicht ganz was so, oder ich, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin auf John Oliver. Nee, das würde mich auch wundern, wenn der was vorher gesagt hat, aber irgendwie muss es dann ein paar Generationen vorher passiert sein. Alles klar, okay. Nicht mein John Oliver. Aber da passt dann auch wieder der alte Spruch, stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf, ja. Trumpf ist Stumpf. Nummer 10, mir wurde mehrfach vorgeworfen, staatliche Förderung in Millionenhöhe zweckentfremdet zu haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ich meinem damals noch minderjährigen Sohn Geld zum in Millionenhöhe zugeschoben habe, um Steuerzahlung zu umgehen. Das war jetzt gerade wieder, weil Trump ja bis jetzt noch behauptet hat, er wäre self-made Millionär und er hätte von seinem Vater nur so eine Million gekriegt, um Startkapital zu haben und den Rest hat er sich selbst erwirtschaftet. Aktuelle Zahlen sagen, dass sein Vater ihm 413 Millionen US-Dollar vermacht hat und mit drei Jahren hatte Trump schon ein Einkommen, also Donald Trump, von 200.000 US-Dollar pro Jahr. Wow. Self-made natürlich. Self-made man auf jeden Fall. Der hat sehr viel selbst geleistet. Ja, aber es werden ja auch sehr viele Stimmen laut, dass der komplett pleite ist eigentlich mittlerweile, oder? Also, soviel zum Thema Self-made. Ja. Ich meine, das weiß man nicht so genau, aber ich finde, das würde ins Bild passen. Meine Tochter wird in wenigen Tagen drei und ich habe mal überlegt, wie viel auf ihrem Konto ist. Sie hat kein Sparschwein, sondern sie hat einen Spar, was ist es? Hund? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nur dreistellig. Na, immerhin. Wollte ich gerade sagen. Also, ich. Wenn du das jetzt auf ein Sparkonto mit 0,2 Prozent Zinsen legst. Und für tausend Jahre eine Liegenlärte für Eintracht 5. Dann hat sie trotzdem nicht genügend zum Leben. Aber ja, sehr cool. Ja, also leider viel zu früh erraten. Ich mag noch ganz kurz darauf hinweisen. Ich bin dann ein bisschen in der Wikipedia versunken, um die Familie Trump. Alleine der Artikel um den Trump Tower, also es gibt ja den einen Turm, der Trump Tower heißt. Wie dieser Trump Tower entstanden ist, unter welchen Umständen der gebaut wurde, ist so unfassbar kriminell, dass es sehr lesenswert ist. Ich schicke dir dann mal noch im Nachgang den Link zu dieser Podcast-Doppelfolge. Das sollte man gehört haben. Ja, gerne. Das sollte man wirklich gehört haben. Fantastisch. Für die Hörerinnen und Hörer, ihr findet es jetzt in diesem Moment in den Shownotes zu dieser Folge, die ihr gerade anhört. Klickt einfach unter eurer Landesflagge. Du machst ganz schöne Versprechungen. Ja, klar. Na gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Das war sehr schön, dass das hier so wunderbar geklappt hat, dass wir so wenig Arbeit hatten mit der Folgenvorbereitung. Das können wir gerne bei Zeiten irgendwann mal wiederholen. Auf jeden Fall. Wir haben uns zu bedanken, auf jeden Fall. Beide Aufnahmen haben sehr viel Spaß gemacht. Genau. Wir werden dann auch noch einen kleinen Teaser zu der anderen Folge machen, damit unsere Hörer dann auch wissen, wo sie die Folge der Abcoholics, bei der wir zu Gast sein durften, dann auch finden können. Und wollt ihr nochmal eure Internetadresse sagen? Ja. abcoholics.xyz. Auf Twitter unter abcoholics, also abcoholics, zu finden. Ja. Es lohnt sich, direkt auf die Website zu gehen. Wenn man versucht, uns zu googeln, dann kommt immer, meinten sie Alkoholics. Ja. Google correctet unseren Namen echt immer weg zu, sie meinten Alkoholics. Ja, nein, eigentlich nicht. Überleg mal, es wäre andersrum. Ja, ich brauche wirklich Hilfe. Was ist das jetzt? Hey, bitte. Die anonymen Abcoholics. Oje, oje. Aber ich glaube, an der Stelle machen wir den Sack zu. Bedanken uns herzlich bei unseren wundervollen Gästen und danke auch ihr. Danke auch du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Sagen wir Tschüss. 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 Besser wird's nicht. Mein Gott. Fantastisch. Sehr gut, dann drücke ich mal auf Stopp. Seid ihr eigentlich dann alle weg, wenn ich jetzt auf Stopp drücke? Also, falls ihr jetzt alle weg seid, dann habe ich auf Stopp gedrückt.